Aber wir erfahren auch, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile gibt. Keine Schmerzen zu spüren. Also bisher kommt man echt ziemlich gut durch. Bin ein bisschen erschrocken. Krieger-Emblem. Nicht Fire-Emblem. Falt ist voll ein Scheiß. Ich wollte die erwischen und dann sind die abgehauen. Komisch, davor haben sie mich immer angegriffen. Sie haben sehr Angst. Ein bisschen aufladen. Und down. Ja, dann nehmen wir mal das Apfel-Delay. Ah, ich hör doch was grummeln. Ich hör doch irgendeinen Grunzen. Komm ich hier weiter? Da war ich schon. Ah, okay. Ich möchte nämlich nicht jetzt hier irgendwie im Kreis rumlaufen. Und... Also wie ihr sehen könnt, die KI ist echt gut. Ich brauche mich da nicht zu beschweren. Shion, halt mich. Shion macht einfach ihren Job. So, ein Knochenfragmentrüstung. Oh. Klingt ziemlich gut. Okay, von da kamen wir gerade. Die Schatzkiste haben wir auch geöffnet. Das heißt, wir müssen einfach geradeaus und nach oben. Oh, ich sehe gerade. Wir müssen den Tank befüllen. Jetzt haben wir nämlich ein dickes Problem. Mache ich das mal eben schnell. Ähm... So, Trank des Lebens. Jetzt ist klar. Orange-Delay. So. Erstmal voll gemacht. Ja, perfekt. Du hast den Rebellen geholfen, oder? Verdammter Eingelassener. Sofort stehen bleiben. Hey, du bist es. Perfekt. Wenn ich dich gefangen nehme, sollte das unseren Lord aufmuntern. Hm, wir werden sehen. Witz! Ich weiß, ich spucke gerade große Töne und dann irgendwann verkacke ich. Ich weiß, ich weiß, Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Naja, ich glaub eher tatsächlich nicht, dass es daran liegt, weil wegen seinem Stand, dass er sie nicht berühren soll, sondern er vielmehr, dass sie ihn schützen wollte. Aber okay, gut. Weißt du, für einen Aufzugsschlüssel sieht dieses Ding so nochmal kompliziert aus. Warum haben Renéa immer den Drang, alles übertrieben zu verzieren? Wir verzieren nicht alles. Ich schätze, dass dieser Schlüssel eine besondere Bedeutung hat. Besonders? Wie fern? Ist doch nur ein Aufzugsschlüssel, oder? Vielleicht funktioniert er in einem besonderen Aufzug, der uns, oh Wunder, direkt zu Balzibs Versteck führt. Na, wenn dem so ist, hat uns der Kleine echt einen großen Gefallen getan. Alles klar, suchen wir den Aufzug, der zum Schlüssel gehört. Dann werden wir sehen, wo wir landen. Gut. Ach ja, die beiden. Ein Herz und eine Seele. Okay. So, den Schlüssel haben wir. Wir nehmen natürlich auch hier noch ein paar Sachen mit. Renéische Werte. Und? Bei einer anderen weinen. unwilling sie zu hinterdenken sondern die zweite Seite, was bekommt diese сюда. Was wird dir käyttet, oder? Was? Nein, ich bin ein Mann für mich. Ich dachte, dass ich alle so etwas bin. Aber wenn man sagt, dass ich Sion so wie ein Läna. Ich weiß nicht, dass ich Läna so etwas bin. Ich weiß nicht, dass ich Läna so bin. Ich weiß nicht. drauf doch doch einfach zusammen leute so ziemlich groß na gut ich glaube das liegt auch daran dass wir auch Shion mit der mit dieser neuen Waffe ausgerüstet haben die doch bessere Stats hat als das Originale kann mich auch sein ah hier ist nichts aber hier sieht zumindest wichtig aus lass mich oh Gott ja warte so jetzt habt ihr es natürlich gesehen jetzt gerade die KP ist runter gegangen was ja natürlich auch Sinn ergibt weil so ein Flammenschwert kann schon sämtliche Verbrennung verursachen also deswegen finde ich das so gut dass da so viel Liebe zum Detail halt hier gesetzt wird oh noch eine Konversation so Das war's für mich. Ja, es ist doch ziemlich rücksichtsvoll. Äh, Wappi hier? Oh, da ist was. Oh, Trank des Lebens. Sehr gut. War das wohl doch nicht für die Katz? Oh, ja? Apfelgelee. Oh, ich glaube, ich habe da was Rotes gesehen. Was hast du da mal gesagt? Oh, was war das denn? Ich kam ja gar nicht raus. Ach ja, mein geflügelter Freund. Hier sind gleichgesinnte. Ja. Aber wir kämpfen uns hier erstmal durch. Weil ich trau der Sache irgendwie nicht. Das läuft zu gut. Boah. Boah. Okay. Kaum der Rede wert, ja. Was zum Teufel ist hier los? Oh, kann ich hier rauf? Na toll. Ich dachte, vielleicht wäre hier was. Okay, hier geht's weiter. Zumindest kann man sich daran orientieren, dass die ganzen Monster dann halt hier sind. Und zumindest weiß man dann, dass man hier zumindest die Räumlichkeit nicht betreten hat. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr hoher Pluspunkt. Ich habe das nämlich sonst immer gehasst, wenn ich mich verlaufen habe. Okay, ich glaube, oben ist auch was. So. Jetzt kriegt ihr hier die volle Ladung Flammen. Oh, super. Und? Komm schon. Ach, dich habe ich total vergessen. Ich hatte Wolfi gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Ahm ist Wauzi. Wauzi. Hm. Ist hier denn noch was? Oh. Okay. Schlossaufzugsschlüssel. Hm, hm. Okay. Sind wir komplett durch. Trotzdem gehe ich extra mal rauf, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie noch was ist oder so. Das werden wir das sehen. Also aktuell würde ich jetzt sagen, wir sind da ziemlich gut dran. Oh, Durchdringung. Oh, Durchdringung. 56 minus. Das ist nicht gut. Dann kriegst du das eben. Hm. So. Das haben wir auch gemacht. Ach so, das ist ein Abschlussbonus. Ich dachte gerade, hä, seit wann kann ich das auch aktivieren? Äh, Toxiz... Toxizität. Mein Gott. Was für ein Wort. Hm. Gut. So. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ich würde es begrüßen. Gifteltier. Schwachpunkte. Ja. Also die gelben... Die gelbe Markierung ist meistens der Schwachpunkt. Oh, Shion. Shion. Nicht sterben. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Der ist doch ein ziemlich harter Brocken. Oh Gott. Oh Gott. Los. Oh, danke. Danke, Shion. Ich habe echt gerade gedacht, dass sie mich jetzt nicht heilt hier. Beziehungsweise... Dass sie mich vergisst, aber... Nee, doch nicht. Perfekt. Hälfte ist durch. Ah. Man aufhüllen. Ah Gott. So. Ja, komm. Ach, verflixt. Gut, dass Shion da ist. Kernbrecher. Perfekt. Danke. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Los. Nein. Nein. Trank des Lebens. Boah, im letzten Augenblick. Ist das sein Ernst? Aber war gut. War gut. Ist nichts passiert. Alles gut. Ach ja, die Gottesanbeterin. Die ist auch irgendwann mal dran. Ich weiß nur nicht, was wir bekommen, wenn wir natürlich diese ganzen großen Fische mal platt gemacht haben. Man bekommt da so ein extra Item und das sind halt, glaube ich, 31 Stück. Ich weiß jetzt nur nicht, wofür die gut sind. Ah Gott. Und Bäm. Genau, kaum der Rede wert. Alles Tutti. Beim Mutti. Ja, aber da gehen wir später hin. Ich glaube, das ist schon durchaus die richtige Richtung. Oh, die Ausrüstung. Oh, Knochenfragmentrüstung. Granat. Ja, bringt echt nicht viel. Weißer Einteiler. Nee. Granat. Das ist so schwach. Bringt ja gar nichts. Okay, dann gehen wir mal zu dem anderen Aufzug. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwie was freigeschaltet haben. Ziel auswählen. Erstes Obergeschoss. Ach, hier war ich doch schon. Doch. Hier war ich schon. Okay. Viertes Obergeschoss. Gut. Wenigstens haben wir den Aufzug aktiviert. Falls wir nochmal hier hin müssen. War es nämlich ganz umsonst. Aber das hier scheint sehr wichtig auszusehen. Genau. Oberstes Geschoss. So. Und äh... Ja. Wie es weitergeht und was uns jetzt hier bevorsteht. Seht ihr am Dienstag? Ich weiß, ich bin jetzt gerade so ein Arsch. Aber leider ist die Zeit rum. Ich muss mich, äh, ich muss mich leider Gottes was essen. Ich hab nämlich, sonst wird mir mal essen nämlich kalt. Ähm. Ja. Die zwei Stunden gehen so schnell vorbei. Gerade wenn man so viele Stunden gemacht hat dieses Mal. Ja. Und äh... Äh, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich freue mich tatsächlich schon, ähm, auf den Dienstag, wenn wir Balsiff endlich mal den Arsch drehen, beziehungsweise den Arsch versohlen können. Ähm. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Bleibt auf jeden Fall am Dienstag dran. Und, ähm, was am Freitag, äh, angeht, machen wir auf jeden Fall was ganz ruhiges, beschauliches. Und zwar geht's dann weiter mit Animal Crossing New Horizons. Und, äh, ja. Wie gesagt, für die Leute, die noch nicht gevotet haben, geht mal auf, äh, auf Twitter oder auf Discord oder geht bei uns auf den Discord-Channel. Äh, da könnt ihr auch auf Swapol, ähm, mitbestimmen, welches, äh, Spiel ich sozusagen für den Halloween-Stream halt spielen werde. Und, ja, ansonsten, wie gesagt, liken, teilen, alles, was dazugehört, liebhaben, Glöckchen drücken, je nachdem, wo ihr seid, wo ihr das, äh, zuschaut. Wie gesagt, wir streamen nicht, äh, nicht nur hier, sondern wir laden auch Videos auf YouTube und Co. Und, äh, vielleicht mal auch mal hier so da, vielleicht mal eine kleine Spende hinterlassen, einen kleinen Euro für uns, einen kleinen Thaler. Ähm, würde uns sehr, sehr glücklich schätzen, beziehungsweise uns sehr freuen. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ist leider der Stream vorbei und, äh, ja. Ich freue mich schon auf morgen und, ja, um die gleiche Uhrzeit, 20 Uhr, mit Animal Crossing New Horizons. Ich sage schon mal Tschüssi, Kowski und bis zum nächsten Mal. Ciao.